Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Ich sehe auf dem Bild eine Familie, die am Strand spaziert. Es ist heiß, und alle tragen Sommerkleidung und Sonnenbrillen. Die Frau trägt ein blaues T-Shirt und kurze Jeans, und sie trägt auch einen Sommerhut. 5. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt und Shorts, und hält ein Handtuch in der Hand. 6. Die ältere Tochter trägt ein rosa T-Shirt und kurze Jeans. 7. Außerdem hält sie ein Handtuch in der Hand. 7. Die jüngere Tochter hat lange dunkle Haare. Sie trägt ein rosa T-Shirt und weiße Shorts. 8. Ich denke, die Ehepartner sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. 8. Ich denke, dass die ältere Tochter ist acht Jahre alt, und die Kleine ist sechs Jahre alt. 9. Alle Familie sind barfuß. 9. Das Wetter ist sehr schön. 10. Es ist hell, und die Sonne scheint. 10. Im Hintergrund des Fotos sieht man das Meer. 11. Das Bild zeigt, wie die Familie mit kleinen Kindern am Meer entspannen kann. 11. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen Auf diesem Bild geht es um das Thema Urlaub. 11. Ab und zu brauchen wir Urlaub. 12. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Leben zu haben. 13. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten, sondern auch das Leben genießen, und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. 14. Ich denke, da haben die Deutschen Glück. 15. Weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. 15. Während meiner Zeit hier, habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. 15. Wir waren drei Tage Campen am St. Wolfgang See in Österreich. 16. Wir haben einen 4-Tages-Urlaub auf Mallorca gemacht. 16. Ebenso, waren wir auch in Paris für drei Tage. 16. Ich fahre gern an den Strand, weil das auch ein gutes Urlaubsziel für kleinere Kinder ist. 17. Die Kinder können am Strand spielen, und es ist keine Straße in der Nähe. 17. Die Eltern können auch im Meer schwimmen, und dann haben alle einen schönen Urlaub. 18. Den Strandurlaub finde ich nicht so gut, weil man dann nur am Strand liegt, und sonst nicht viel macht. 18. In meinem Heimatland ist es ein bisschen anders, weil es dort nur wenige Urlaubstage gibt. 18. Der Jahresurlaub in Deutschland ist sehr gut, weil wir in meinem Heimatland nur 15 Urlaubstage pro Jahr haben. 19. In meinem Heimatland kann man nur Urlaub machen, wenn ein Feiertag auf einen Freitag fällt. 19. Auf dem Bild sehe ich eine Familie, die im Supermarkt ist. 20. Die Familie besteht aus vier Personen. Dem Vater, der Mutter, und zwei Kindern. 21. Sie befinden sich in einem Seitengang eines Supermarktes. 21. Die Frau sieht glücklich aus, und sie ist gegen 40 Jahre alt. 22. Sie hat lange braune Haare. Sie trägt eine pinke Bluse, und schaut mit einem Lächeln in die Kamera. 23. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt, ein weiß-blau-gestreiftes Hemd, und Jeans. 23. Der Mann hat ein wenig weißes Haar. Vielleicht ist er über 45 Jahre alt. 24. Der Junge trägt ein weißes T-Shirt, und ist ungefähr fünf Jahre alt. 25. Die Tochter hat lange dunkelbraune Haare. Sie trägt ein lila T-Shirt, und eine Jeanshose. Ich glaube, sie ist neun Jahre alt. 26. Die Eltern halten sich an einem Einkaufswagen fest, in dem schon einige Lebensmittel liegen. 27. Im Einkaufswagen kann man Banane, Ananas, Wassermelone, Brot, und eine Flasche Saft zu sehen. 28. Die Familie macht auf mich einen sehr glücklichen Eindruck. Es ist schön, wenn man in einer glücklichen Familie lebt. 29. Auf diesem Bild geht es um das Thema Einkaufen. 29. Hier in Deutschland kann man fast alle täglichen Bedürfnisse im Supermarkt einkaufen. 29. In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland, gibt es Supermärkte. 30. Dort bekommen Sie viele wichtige Dinge für den Alltag. Brot und Fleisch, Joghurt, Putzmittel, und Klopapier. 30. An vielen Orten gibt es ein- oder zweimal in der Woche einen Wochenmarkt. Oft findet er samstags statt. 31. Auf dem Wochenmarkt bekommen Sie frisches Obst, Gemüse, und regionale Spezialitäten. 31. Meine Frau und ich gehen normalerweise einmal pro Woche zum Supermarkt. 32. Es ist fast genauso wie in meinem Heimatland. In meiner Stadt gibt es viele Möglichkeiten, wo man einkaufen kann. 31. Wir haben Supermärkten, Hypermärkten, Einkaufszentren, Marktplätze, und privaten Geschäfte. 32. Ich glaube, der einzige Unterschied sind die Öffnungszeiten. In Deutschland sind die Supermärkte von 8 bis 21 Uhr Montag bis Samstag geöffnet. 33. In meinem Heimatland sind die Supermärkte und Einkaufszentren von 9 bis 21 Uhr jeden Tag, auch sonntags geöffnet. 33. Heutzutage kann man im Internet etwas bestellen oder kaufen. 33. Hier in Deutschland haben wir unseren Drucker und Trockner bei Otto gekauft. 34. Ich bezahle beim Einkaufen immer bar. Wenn ich bar zahle, weiß ich immer, wie viel Geld ich noch habe. 35. In Deutschland sind verschiedene Zahlungsmittel üblich. Mit Bargeld können Sie überall bezahlen. 35. Wenn Sie ein Konto bei einer Bank haben, bekommen Sie eine EC-Karte, und oft auch eine Kreditkarte. 36. In einigen Supermärkten und Kaufhäusern können Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen. 36. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. 37. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. 37. 38. 40. 40. 30. 41. 42. 42. 42.